Hey guys, euer Innsmish wieder hier am Drücker mit einer neuen Aufnahme-Session von Fall Guys und mal wieder nicht alleine. Ihr dürft gern was sagen. Ich hätte eben beinahe voll krass genießt, aber ich konnte mich noch gerade so muten. Oh, das wäre die geilste Meldung überhaupt gewesen. Ey, einfach mal niesen. Ja, Luna und Novera sind wieder mit dabei. Hallo. Das Ganze wird sehr witzig. Ich nehm's für meinen Kanal auf und Luna wird das Ganze hier auf ihrem Kanal auf Twitch streamen. Äh, nee, tatsächlich nicht. Nicht? Äh, Novera war ja vorhin online. Ich dachte, sie macht einfach durch, aber sie hat aufgehört. Ja, ich hatte Hunger. Ah. Also streamt keiner von euch. Nö. Ich bin enttäuscht. Ihr habt mich gelogen. Ich könnte auch den Stream anschmeißen, wenn du Lust und Laune hast, oder dann müssen wir das alles nochmal machen. Weil mein Programm sonst ewig dauert. Und mein PC halt fast. Ja, was? Also Luna lädt ein, oder wie? Ich werde irgendwie gerade nicht einladen. Du bist bei mir nicht online. Was? Bapapam. Mua. 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 Wollte ich auch gerade sagen. Das war sogar eine Anspielung daran. Mua. Na klar. Sonst hätte ich das ja nicht gemacht. Mua. 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 bei mir. Du hast mir jetzt eine Einladung geschickt. Stimmt das? Ja, kann man da noch eine werfen? Rappapp. Oh, das ist cool, das beuchtet. Ja, Luna hat mich eingeladen. Ich sehe es. Ich sehe es, wie sie mich eingeladen hat. Oh Gott, es leckt gerade so richtig merkwürdig. Natürlich. Richtig merkwürzig. Wir sehen uns später, Leute. So, und an der Stelle schneide ich jetzt einfach mal. Das hat ein bisschen länger gedauert mit dem Verbinden hier, aber wir sind jetzt alle da. Du hast den Wahl. Ja, ich habe den Wahl. Du hast einfach den Wahl gegönnt. Ich habe mir den Season Pass einfach mal gegönnt. Ich hatte noch ein paar Euro auf meinem eShop-Konto. Oha, hat er sich gegönnt. Yeah. Ich mit meinen beiden Yoshis hier. Ja, ich bin bereit. Wir machen also Trupp-Show. Scheinbar. Wir sind beide einfach richtig ernst. Der Name war einfach so, hi. Ja, es ist der Trottel der Gruppe. Es ist ja immer in so einem Rudel so ein Trottel. Ja. So ein Derpy. Ich bin gern der Derpy. Der Derpy ist immer der Beste. Der sieht super süß aus von oben. Ja. Das Grinnen sieht ein aus, als wenn er gerade reingeschlagen gekriegt hat, aber... Oh! Er kann meinen Hintern sehen. Ja, genau. Ist nicht auch so ein Event jetzt mit diesen Hammer-Schleudern da? Da könnten wir eigentlich auch machen. Oh, stimmt. Das können wir danach machen. Können wir danach machen, ja. Können wir den Rucksack bekommen. Der Hammer-Rucksack. Das ist ja der Hammer. Ist ja der Hammer. Wow. Oh Gott. Wir sind uns halt sehr einig. Das bunte Hammer-Mände. Ich bin immer unser Hammer. Oh ja, den nehmen wir. Ja. Ich bin ein Wal. Respektiert meine Autorität. Oh Gott. Was für eine Traube an Bohnen hier. Oh Gott. Hilfe. Au. Möp. Möp. Oh, Kugel. Oh Gott. Ich geb mir die Kugel. Oh, der einer hat mich gekrabbelt. Was meinen die? Aua. No touching, sonst klatschen. Das hat eben gerade bei mir ordentlich geruckelt. Wir sind voll gegen das Kugel. Oh Gott. Die Stelle kenne ich gar nicht. Die ist mir völlig neu. Ich werde nicht runterfallen. Ich werde nicht runterfallen. Ich werde nicht runterfallen. Nein, ich lebe. Oh, sag mal. Au. Banzai. Jaaaai. Shit. Ich hab hier so ein Bronzel. Er war mega geetet, aber leider ein bisschen zu kurz. Yes, aber. Ich nehm den regulären Weg. Der Hammer wollte mich auch nicht. Ui. Hab gar nicht gewusst, dass Wale an Land so schnell sein können. Tja. Magic. Oh, wir haben Cupcake im Team. Oh, die Eiscreme. Die Eiscreme. Die Eiscreme. Oh Gott, der Lulatsch, der kommt gar nicht vorwärts. Der Lulatsch. Stimmt, der Lulatsch. Oh Gott, der arme Kerl. Der ist ja gar nicht klargekommen. Ich glaube, im Englischen hieß der Longbean oder so. Der Lulatsch finde ich lustiger. Jaaa. Oh, ein Sträuße mit einem Rock. Finde ich auch interessant. Oh, 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 oh. Hm, Donuts. Gibt es tatsächlich jetzt einen Laden bei uns in der Stadt? Donutladen. Oh, fuck. Ich muss den durch irgendwo mal besuchen gehen. Ich weiß gar nicht, ob der fertig war. Ey, der Typ mit dem Palmenkostüm, der sieht aber auch cool aus. Der könnte glatt als Kokowai durchgehen. Das hab ich auch, das Kostüm. Jaaa, das haben wir. Wir. Wir als ProGamer haben das. Oh, 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 oh. Die feinen Damen. Aus der Zeit, als es noch nicht gratis war. Aus der Zeit, wo man noch seine Kostüme hinterhergeworfen bekommen hat. Ja. Und nicht 10 Euro bezahlen musste. Für ein Kostüm. Jaaa, jaaa. Da, Balz. Er hätte ja wenigstens machen können. Ein Kostüm. Weiß ich nicht. 3 Euro oder sowas. Aber 10 Euro ist einfach übertrieben. Äh. Oh, ich hasse diese Rollwege. Ich mags. Besser als... Wippen. 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 Reifen. Wippen. Oh mein Gott! Ich hab nicht so schnell... Aaaaaaaaaaaaaah! Grüß, biß hatte ich fliegen sehen. Grüß Schwal, du kannst nicht fliegen! Wegen der Mauer hab ich hier diesen Abgrund nicht gesehen ey. Das ist voll fies. Ich weiß schon, warum ich den Rollweg nicht mag. Ich find die Nett richtig cool. Die Kacke. Steh auf! Wir müssten den Drachen auspacken, da wir ja jetzt zu dritt sind. Nee, ich kann den Drachen nicht so cool. Ich will den Drachen aber einmal auspacken. Wir sind zu dritt. Ich hab nicht mal die Dinger. Hast du noch nie einen? Nö. Kein Arsch? Nö, du hast viel mehr gespielt als ich. Was für Stück musstest du es aber eigentlich schon haben. Okay, Luna hat nicht den Drachen? Also dieses dreifache Kostüm? Du hast das zweimal Fallgeist gespielt, das ist jetzt das zweite Mal. Schwach. Ich bin jetzt schon enttäuscht von dir, Luna. Ich bin dafür, dass du mir fremd gehst mit den Piraten. Ja. Ist halt sexy. Mit was? Ich dachte, ihr habt in Minecraft geheiratet und schon geht der Nobara fremd? Ja, Nobara geht immer immer fremd. Natürlich geht es mir auch immer fremd. Das ist ja echt die reinste Muster hier. Oh. Ah. Das ist dieser scheiß Wal. Hallo. Ich bin ein Wal. Mayonnaise, auch ein Instrument. Wie bin ich hierher gekommen? Guck dir her. Oh man. Oh Gott. Die Eier wieder. Oh nein. Die waren doch ganz gut. Wir bauen wieder die Kette auf. Ja. Luna geht wieder vor, reicht uns die Eier und wir schmeißen sie rein und verteidigen. Nö, ich hab geschmissen. Ich bin der Schmeißer vom Dienst. Ich hab grad verstanden, ich bin der Scheißer vom Dienst. Ja und das. Perfekt. Okay, lauter noch mal ein größeres. Ja, größeres Team. Jaaaa. Lustig, lustig, tralalala. Ach halt, Moment, das war das falsche Lied für Ostern. Was? Was? Oh Gott, ich krieg nur noch die Leute gefasst. Oh. Direkt ins Gesicht. Haben wir genügend hier, wir haben genügend. Schnell, wir müssen klauen. Oh, das goldene Ei. Das ist unser goldenes Ei. Ah, wir haben jetzt wieder ein goldenes Ei. Gleich nicht mehr. Oh, tschüss, goldenes Ei. Oh, da rollt ein goldenes Ei. Ja, das wurde uns geklaut. Das war uns? Nein! Das schnapp ich mir, das schnapp ich mir wieder zurück. Das goldene Ei. Das ist bei Rot gelandet. Ich seh's. Das goldene Ei. Oh, unser, unser Typie. Er hatte das goldene Ei. Oh, da geht doch mal hier. Oh. Ich hab' es! Ich, ich hatte es. Ich hab' es! Das goldene Ei. Oh, wir haben, wir haben zwei goldenen Eier. Nein. Alter, lass unseren Typen da in Ruhe. Beweg dich doch mal, du Eumel. Ich grab' einfach das goldene Ei. Ich halt's fest. Nein, das goldene Ei. Und ich hab's. Ich hab's. Mein. Geh weg, ihr Blauen! Das ist mein Ei! Alter, wie wir uns hier um dieses eine goldene Ei hier schlagen, ey. Das ist ja wunderbar. Das goldene Ei! Das goldene Ei! Das goldene Ei! Das haben wir, solange die Eier überall rausfallen. Das haben wir, das haben wir Blauen und Sonnen verlieren. Alter, ich prügel mich hier die ganze Zeit hier mit unseren Gegnern hier. Wo ist, wo ist das goldene Ei? Ist es weg? Egal, wir haben gewonnen. Das ist sogar Erster, was zur Hölle. Tja, ich hab' alle Eier, die von überall raus gepodelt sind, einfach bei uns reingeworfen. Sehr gut. Ich hab' einfach alle Eier genommen, die da waren. Weißt du, alle prügeln sich hier um die Eier und Nubra ganz chillig. Ja, ich schnapp' mir grad mal das, was hier auf dem Boden liegt und fertig. Sie hat halt Erfahrung mit Eiern. Ja, ja. Alles, was da rumliegt, wird angefasst und mitgenommen. Ah, ich verstehe. Jaja, wir kühlen euch jetzt ein bisschen ab. Die Frostspitze, die hatte ich glaub' ich auch noch nicht in meinem Let's Play. Oha. Wäre schön, wenn man was Neues sieht. Ja. Ja. Erklimme den verschneiten Berg, um die Ziellinie am Gipfel zu erreichen. Sach bloß. Hallo. Hallo. Derpi 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 derp. Allein wie der so läuft hier mit diesem Wahlkostüm, das sieht richtig derpig aus. Er will auch nur das Wahlkostüm. Oha. Aua. Aua. Wahl wurde umgenietet. Aua. Okay. Ist eigentlich das Wahlkostüm als Punkt, ne? Bin ich, tatsächlich. Teuer. Was bin ich? Ja. Sechs. Ja? 400. Was ist fies? Was ist fies? Was ist das denn hier? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist geschehen? Oh mein. Gott. Ui. Diese, diese scheiß Boxhandschuhe, ey. Furchtbar. Oh nein. Ah. Das hätte jetzt böse in die Hose gehen können. Ich wurde eh weggesnackt. Du wurdest weggesnackt, was? Äh. Da wollte einer mein Po haben und dann sind wir beide geflogen. Ui. Ui. Uiiii. Ui. 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 Ja schon! Bewegt deinen dicken Dino-Hintern! Bewegt deinen dicken Dino-Arsch! Luna, haben wir grad mehr oder weniger das gleiche gesagt? Ja, haben wir. Find ich gut. Ach, dann merkt man's doch wieder, wie gut wir uns verstehen. Wir müssen Mario Kart nächste Woche spielen. Nein! Doch, neue Metze! Ich hab eigentlich gedacht, wo Luna gesagt hat, hier spielen, hab ich eigentlich erst gedacht, dass du damit irgendwann mal kommst. Ich werd ja wieder eine Banane auf den Kopf werfen. Ich glaub, mit Mario Party, das überleg ich mir nochmal. Wir reden ja hier nicht von Mario Party, wir reden ja hier von Mario Kart. Ja, aber trotzdem, ich will ja irgendwann mal Mario Party anfangen, wenn ihr dann allein schon fiese Pläne bei Mario Kart spielst. Aber ohne uns ist Mario Party doch langweilig. Oder langweiliger. Weißt du, was das Traurige an dieser Aussage ist? Es ist wahr! Ganz genau! Warte, warte, warte! Oh mein Gott! So, du hast rausgefiltert, dein Filter! Hast du meinen Filter? Nein, hier bricht doch der Boden weg, oder? Ja! Ja, hier bricht eindeutig der Boden weg! Weeeee! Du-bi-du-bi-du-bi, da-ba-ba-du-ba-du-ba-du-bi-du-bi-du-bi-du... Luna! Ja! 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 Hast du mich grad geknuddelt? Oh! Nein! Äh! 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 Ich will Luna knuddeln, bleib stei-hn! Ähh! Oh Gott! Ich hab Luna geknuddelt, ich bin glücklich. Und Nora geknuddelt, ich hab sie am Arsch begrapscht. Oh Gott, oh Gott. Cool. Ich merk schon, durch unser Geknuddel sterben wir hier noch. Jaja. Warte, Mano, hätten wir nicht einen Abstand haben können? Oh shit. Ganz bisschen eng hier. Oh, da fliegt ein Affe cool. Ey, der hat gekrapschelt. Ich find diesen Assassin's Creed-Typen irgendwie voll witzig. Der hat nämlich Federn am Hintern und jemand hat mich einfach gekrapscht und ich bin deswegen rausgeflogen. Ich hasse denjenigen dafür. Ich hasse Grapscher. Können die mal ihre Griffe... Oh mein Gott, der hat mich gekrapscht. Ah, Luna! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kackst nicht. Was sind nicht nervös? Der hat auch gegrapschelt, der Federhut. Ja, der Federhut hat mich umgebracht. Ach, der Federhut war das? Ja. Oh mein Gott. Du warst bei mir in der Luft. Du warst bei mir schon halber am Rand. Oder überm Rand. Schäden! Nein! Nein! Dieser scheiß Grapscher! Ja! Wer ist das? Okay, ähm... Beschwerde... Gryffing... Unsportlichkeit. Melden! Bam! Ich hab ihn gemeldet. Alter, der hat auch noch gewonnen. Wow. Habt ihr ihn auch gemeldet? Ah ne, ich bin schon raus. Oh Gott ey. Sehr gemein. Voll scheiße ey. Ich hoffe er wird gebannt. Für immer. Ja. Da freut sich der Wal. Oh, ich hab dieses hässliche Kostüm freigeschaltet. Wow. Welches hässliche Kostüm? Dieses komische Steinkostüm.